Bei meiner Arbeit an der ZHAW gefällt mir besonders, dass ich einen Beitrag leisten kann zur Ausbildung der Ingenieure und Ingenieurinnen in der Schweiz. Dass ich hier besonders viele spannende Forschungsthemen habe. Dass ich mit ganz vielen verschiedenen Persönlichkeiten zu tun habe. Ich bin Rebecca Axtelm. Ich bin Dozentin für Mathematik an der School of Engineering. Ich arbeite hier seit 2009 und gebe Vorlesungen in der Mathematik und arbeite im Bereich Forschung und Entwicklung. Das Besondere an meiner Arbeit ist, dass ich permanent die Möglichkeit habe, aktuelle Themen aus der Forschung und Entwicklung in die Lehre mit einfließen zu lassen. Dadurch kann ich den Studenten zeigen, was wir hier lernen in den Grundlagen der Mathematik. Das führt am Ende darauf, sowas berechnen zu können. Und genau das an der Stelle ist auch eine besondere Herausforderung. Den Studenten gleich von Beginn anzeigen, dieses Grundlagenwissen, das ist wichtig, auch wenn man das nicht sofort sieht. Und das führt dazu, dass man diese und jene Dinge berechnen kann, die man so als Beispiele eben mit einbringt. Meine Freizeit verbringe ich hauptsächlich mit unserem Pferd. Meine Tochter und ich, wir besitzen ein Pferd zusammen und reiten, Springreiten, Dressurreiten und gehen am Wochenende auf Turniere. Das ist so die wesentliche Freizeitbeschäftigung, die ich habe und auch ein sehr guter Ausgleich zur Arbeit am Schreibtisch, am Computer. Also in meinem Projekt geht es um die Berechnung und Simulation von der Bewegung von Menschenmassen. Gerade bei diesem Projekt, es gilt generell, aber gerade bei diesem Projekt kann man gut aufzeigen, was die Faszination der Arbeit, Forschung und Entwicklung ist. So aus Sicht der Mathematik, man baut etwas auf, ganz einfache mathematische Gesetze und dann geht man über die ganze Mathematik, die ganzen Gesetze, Sätze, Definitionen, Beweise bis hin zu, wie berechne ich das numerisch. Und dann habe ich einen Film und der zeigt mir einen physikalischen Prozess, einen Vorgang und das sieht dann genauso aus, wie wenn ich da aus dem Fenster gucke auf die Straße. Und das finde ich faszinierend. Es funktioniert, wenn man das ordentlich macht und alles gut überprüft und sauber arbeitet, dann funktioniert das. Und das ist schön. Es macht Spaß. Bei meiner Arbeit an der ZAW gefällt mir besonders, dass man immer wieder neue und spannende Themen hat in der Projektarbeit. Und auch die Zusammenarbeit mit den Studenten, der Kontakt zu den Studenten, das gefällt mir sehr. Und man kann sehr gut die Arbeitszeiten mit der Familie vereinbaren.